Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ihr werdet es bestimmt schon festgestellt haben, auf unserem Kanal kamen jetzt eher nicht unbedingt zu dem optimalen Zeitpunkt die Videos hoch. Ja, heute früh vor einer Stunde ungefähr habe ich die beiden letzten GTA 4 und ETS 2 Parts veröffentlicht, die eigentlich gestern Nachmittag kommen sollten. Wir haben momentan allgemein auf YouTube ein kleines Problem mit dem Veröffentlichungszeitpunkt. Das Tool oder wie auch immer man das nennen möchte, funktioniert irgendwie nicht. Deswegen kann es sein, dass da jetzt das Video verspätet, nicht zu dem passenden Zeitpunkt oder so etwas kommt. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Das liegt aber nicht an uns, sondern es liegt an YouTube. Es geht bei, wenn man die Videos im Voraus hochlägt und das nicht auf gleich geplant, sondern erst auf privat hochlädt, kann es sein, dass es nicht funktioniert. Aber es kann auch durchaus sein, laut Community-Aussagen, dass wenn man das schon auf geplant hochlädt, dass das Ganze dann auch nicht zum geplanten Zeitpunkt rauskommt. Das ist ein bisschen buggy gerade. Und ich hoffe, dass YouTube das demnächst fixen wird. Ja, damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.